So, was machen wir denn jetzt noch? Wir können ja mal noch irgendwie Läden besuchen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle, oder? Wie viel? Oh, 7000 haben wir mit dem? Na, da gehen wir jetzt mal shoppen. Holen wir uns da eine Knache. Hier oben ist Tennis und Golf, okay. Kino, Paint and Spray. Los Santos Customs. Oh, da können wir Autos tunen. Das ist Friseur. Was machen wir denn da als Schönes? Guck mal, hier bei seiner Bude ist Tennis. Da machen wir doch Tennis. Steht unser Auto noch da? Krass, ja. Tatsächlich. Schlampe, aus dem Weg! Oh, ein Rinn hier in die Karre. Go, go, go! So, da gehen wir jetzt mal eine Runde Tennis spielen. Mal sehen, wie das ist. Aus dem Weg, Motorradfahrer! Oh, ich wollte ihn eigentlich anfahren. Hat nicht geklappt. Woooo, Bus! Na, wir fahren jetzt gerade durch. Oh, hier wird dann Ladefehler, Alter. Krass, Scheiße. Woooo! Alter, was geht denn hier ab? Hauptsache, ich sehe die Straßen noch ein bisschen. Hier schauen wir da. Wo geht's hier zum Tennis? Da links scheint der Tennisplatz zu sein. Und wie kommen wir hier rein? Ich würde sagen, wir klettern einfach mal über die Mauer hier. Hast du über den Zaun? Macht er nicht? Ah, doch. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Okay. Also sind wir jetzt einfach bei unserem eigenen? Na gut, dann machen wir das doch mal. Unser eigener Tennisplatz. Ich scheine echt ein übster Rich-Motherfucker zu sein. Willkommen beim Tennis. Diese Einführung macht... Macht dich mit dem Spielablauf vertraut. Okay. Geh mal kurz darauf ein. Wie viele Spiele haben wir dann? Einen Satz. Achso. Äh. Ne, lass mal... Einen Satz spielen. Unsere könnte ein Marriere und Name nur sein. Aber zumindest haben wir immer noch Tennis. Wir haben immer noch Tennis, bis ich die Seite nicht verstehe. Ja, Bitch. Punkt gewonnen. Was ist los mit dir? Was ist los mit mir? Okay, ich weiß zwar gerade echt nicht, was ich hier überhaupt drücken soll, aber... Ich drücke einfach so ein paar Tasten. Anschlag. Anschlag. Ah, ne, Aufschlag. Oh! Die Nutte. Macht aber Spaß. Also jetzt so die ersten Abläufe, so wie man laufen kann und dann... seinen Schlag auswählen kann, ist eigentlich ganz witzig. Und... Bam! Ah! Die Huche! Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wieso habe ich eigentlich jedes Mal Aufschlag? Das macht gar keinen Sinn. Bam! Okay, jetzt... Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Ah! Breakball. Amanda hat einen Breakball. Halt die Fresse, Amanda! Hässliche Fotze. Breakball. Ich break hier gleich was anderes. Und... Oh, fuck. Ich habe gedacht, ich mache den. Alter! Wow, du kannst wirklich spielen. Seitenwechsel. Achso. Ein Satz ist mit Seitenwechsel. Okay, okay, okay. Jetzt hat Amanda Aufschlag. Na dann, leg mal los, Amanda. Amanda, geh mal ran da. Bam! Die kommt ja echt überall ran, die Schlampe. Ja! Punkt! Punkt, du hässliche Fotze. Bam! So, weiter geht's. Okay, okay, okay. Oh, ja! Was? Ass. Ass. Die ist Assi. Nicht Ass. Komm, Schlag auf. Ob man das auch gegeneinander spielen kann? Glaub schon, ne? Im Online-Modus dann. Das wird witzig. Da mache ich bestimmt auch so ein paar Folgen draus. Da kommst du niemals ran. Da hast du dich gerade selber outplayed. So. Wie steht's denn aber? Hier gibt's gerade keinen Punktestandard, der angezeigt wird, oder? Da, 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 da. Die spielt sich jedes Mal selber aus. Jetzt hab ich's raus. Tja. Kacke war's, ne? Ich hab deine Taktik raus. Komm, Schlag auf. Lass mich so feiern. Okay, da kam's noch ran. Ah! Die Schlampe! Fick dich, fick dich, fick dich! Die Taktik funktioniert doch nicht so ganz. Oh! Ja! Bam! Spiel gewonnen! Well, at least I hope you learned something. You learned something! Okay, jetzt sind wir nochmal dran. Jetzt müssen wir das machen. Bam! In dein Gesicht. Boah, Schlampe. Wie, Punkt verloren. Weiß Ausbau, oder was? Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Okay, wir machen das. Alles mit Ruhe. Wir gewinnen das. Zack. Ja, da kam's ja nicht mehr ran, Schlampe. Punkt für mich. Alter Motherfucker. Ey, das weiße Auto ist grad weggefahren. Ah, ne, da ist es wieder. Okay. Ich beobachte nämlich grad die Karre da oben rechts, weil die eigentlich ganz cool aussah. Und die ist auf einmal weggefahren. Ach, Scheiße. Jetzt hab ich mich grad... Jetzt hab ich mich genau mit derselben Taktik selber ausgespielt, Alter. Was ist das für eine Kacke? Wie dumm bin ich denn? Weit außen, dass er dann ganz easy auf die andere Seite schlagen kann. Das ist doch Scheiße. Ja, klappt. Du bist scheiße und du weißt es. Ja, bam, Michael. Abgezogen, die Schlampe. So, jetzt machen wir noch einen Punkt, oder? Dann dürfte es das gewesen sein. So, straight auf sich bin. Und dann rechts. Ja, easy. Spielball! Match hat ein... Match... Michael hat ein Matchball. Matchball, Michael. Okay, jetzt machen wir das. Matchball. Barm in dein Gesicht. So, einmal straight auf sich spielen. Und dann nach links. Oh, Scheiße. Das war jetzt, weil die Mitte ich war. Und ich war zu weit vorne, okay. Ja, musst du echt mit Taktik spielen, Alter? Was ist das für ein krasser Shit? Das ist ja Gameception. Spiel im Spiel. Oh, da war gut. Direkt auf sich spielen. Und dann nach rechts. Ah, nee, das war jetzt zu weit der Weg. Oh ja, nice. Nice, nice, nice. Vorteil. Bam, bam, bam. Du weißt zwar nicht, was Vorteil bedeutet hier bei Tennis, aber... Haben wir jetzt nicht mehr den Matchball, weil wir gerade einen Punkt gemacht haben? Auf sich spielen. Und dann nach links. Okay, die ist gelaufen. Und jetzt. Ja, aus. Seitenwechsel noch mal. Wie lange geht denn hier ein verschissener Satz? Ach, fuck. Ich helfe da eine. Fehler. Okay, wir gucken mal, wie lange das geht hier, der Spaß. Zweiter Aufschlag. Und nach links. Und nach rechts. Da kommen die Schlampe nicht ran. Wir ziehen die jetzt einfach ab. Wenn sie relativ mittig steht, dann muss man, glaube ich, einen hohen Ball spielen. Oder einen Stop-Ball, damit man Zeit hat zum Laufen. Aber ansonsten einfach nur auf die gegenüberliegende Seite. Ja, dann ist sie outplayed. Dann kommt die KI nicht mehr mit. Nice. Komm, ich zieh dich ab. Gib Gas hier, Lady. Zack. Und nach rechts. Ah, gut, die war jetzt relativ fit unterwegs. Und nach links. Wir lassen die schön rennen hier. Bam, nach rechts. Breakball. Not that for a fat old fucker. Bam, direkt straight rauf. Und dann weit nach rechts. Und kommst du noch ran, ja. Und jetzt weit nach links. Und nochmal direkt straight rauf. Und jetzt nach rechts. Und... Ah, Schlampe! Ah, die Fotze. Die wird auch noch besser. Oh fuck, wo bin ich jetzt gerade hingerannt? Helfen wir mal raus. Komm hier. Ah, fuck, 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 fuck. Das macht die Punkte, die Schlampe. Die macht Punkte, verdammt. Lernt die KI dazu, wie ich spiele, oder was? Ah, Fehler, nice. Der war gut, der war gut, Amanda. Ja, genau. Konzentrieren, hast du gerade noch gesagt. Und jetzt verkackst du es. Sehr gut, Amanda. Ja, ich bin bei dir. Turpol? Mailpreisung ist hilarious. Bam, das war's. Nee, aber jetzt. Die kommt jetzt überall ran, oder was? Ja, gewonnen. Bam, 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 bam. Schlampe, du hast verloren. Neuer Aufschlag, wie lange geht das denn? Okay, ich mache jetzt noch den Aufschlag. Und wenn das dann nicht zu Ende ist, dann breche ich das ab. Ich will ja hier eine Ketanets-Folge machen. Ja, Bam in dein Gesicht. Nice. Nice. Motherfuckers. Und go. Und direkt nach links. Oh, fuck, die Fotze. Die Fotze. Okay, nochmal. Wie lange geht denn ein Satz? Hier wird ja nicht mal irgendwie irgendwelche Punkte angezeigt. Ich kann ja nicht mal kontrollieren, wie lange die Scheiße noch geht. Bam. Und, ja. Und schaffbar für die. Fuck. Und zack. Und wird dann in die Mitte laufen. Und rechts. Und links. Ja, easy going. Spielball. Jetzt machen wir das. Ich hoffe, jetzt ist es bald mal zu Ende. Gibt es hier nicht irgendwie eine Punkteanzeige? Hier steht doch nichts mit irgendwie Punkte einblenden oder so. Ich bin verwirrt. Straight drauf. Und jetzt. Rechts. Und, komm. Matchball. Ja. Spiel gewonnen. Well, zumindest hoffe ich, dass du etwas gelernt hast. Boom. Solltenwechsel. Nein, es ist vorbei. Ohne Mist. Wie lange geht denn das? Kann man ja noch mal sagen, wie lange ein verschissener... Ja, beenden. Wie lange ein verschissener Satz geht, kann das manchmal einer sagen? Ich bin verwirrt. 4 zu 1. Na, easy, oder? Bestenliste. Ach, global. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Okay. Erstmal Mountain Dew trinken, wegfacken und... Kack gehen. Ne. Okay, wir gucken mal noch kurz den seiner Hütte an. Aber da waren wir ja schon drin. Wir sind ja schon eingebrochen. Okay, jetzt ziehe ich mal irgendwie in eine Tür. In der Bude, da ist eine Tür. Hello. Ja.